servos und herzlich willkommen hier bei amars 90 vielen dank fürs einschalten ja die nacht ist rum von der vom ersten tag der blizzcon und wir haben dort einiges zu sehen bekommen sei es die ganzen information zu diablo ww burning crusade classic server und aber auch sehr viel zu patch 9.1 was ja gestern schon geleakt wurde und ich in einem video gesagt wurde gesagt habe dass da schon ziemlich viel kam oder kommen wird wurde jetzt noch mal mit einem video extremst abgerundet und wir hatten ja schon vor einigen monaten hatte ich mit mobi so ein spekulationsvideo zu machen zum nächsten content wo ist der nächste raid etc wir haben tatsächlich zum schluss noch gesagt ja unsere wildeste theorie könnte natürlich sein wir kommen nach torgas und haben dort einen schlachtzug ba da ba bumm zack wir haben in torgas einen schlachtzug ich möchte nicht sagen ich habe es gesagt aber scheiße man ich habe es gesagt nein alles gut wir wollen jetzt mal uns das video hier zusammen angucken und ich möchte meine geistigen ergüsse für irgendjemanden da draußen denen es auch irgendwie interessieren sollte ja mit euch teilen ich muss sagen das video hat mich sehr krass weggeflasht ich habe es heute schon mal zu jemandem gesagt nach dem diablo 2 resurrection ankündigung hatte ich gänsehaut und nach diesem trailer hier musste ich eine kippe rauchen die kippe danach definitiv heftig aber wir gehen jetzt erst mal zusammen durch hier kommt gerade noch ein bisschen rückblende aus dem letzten video von torgast zwischen anduin und sylvanas hier hatten wir dann ja schon mal gesagt zu dem video ja alles klar sieht ein bisschen nach reuer aus etc kriegt die doch noch so irgendwie schlechte gefühle dabei bei dem ganzen was sie da tun will und ich habe damals schon meine vermutung geäußert und ich bleibe immer noch bei der vermutung sylvanas will anduin gar nichts böses in dem sinne nein will sie nicht weil sie hat einfach schon so unglaublich viele möglichkeiten gehabt den kleinen zu töten sie hat es nie getan und ich denke durch diese in diesem video hier wird die theorie die ich mit moby hatte noch mal hart gestärkt oder ich sehe mich darin gestärkt in der meinung aber gehen wir mal weiter trotz all unserer bemühungen wächst der schlund weiter hat uns den natrius verrat den untergang gebracht der primus ist verschwunden und die bastion kann die schatten lande nicht allein retten nichts davon sollte geschehen vielleicht kann die winterkönigin machen wir noch mal einen kleinen break also wir sehen uns gerade klar wir sind hier der bastion wir sind jetzt hier nach den geschehnissen aktuell in wo w shadowlands wir haben den natrius besiegt aber der schlund wächst und wächst und wächst die haben hier gerade so einen kleinen rat und beraten sich wahrscheinlich gerade darüber was kann man nicht alles tun und wie wir auch schon mitgekriegt haben so die pakte wollen zusammen arbeiten und ja was versuchen dagegen vorzugehen und jetzt kommt da claire reingefrogen die man sehr gut kennt aus der bastion als anhängerin eine lebende seele wünscht eine audienz ein sterblicher ein könig ja allein nur das bild finde ich ziemlich krass finde ich ziemlich cool ist ziemlich cool gewählt wir sehen anduin das ist jetzt schon mal eigentlich 2000 fragezeichen über den kopf wir wissen anduin ist da unten drin im torgast eigentlich so das unsere letzte sache wo unser letzter stand des wissens anduin ist da unten drin wir wissen gar nicht wie wir ihn rauskriegen hier sind wir im patch 9.1 um das ganze mal ein bisschen aufzurollen wow hat hat schon ein bisschen was im patch 9.05 gefunden wo wir im torgast noch mal was sehen wir können noch eine erinnerung freischalten wir wissen es weil man weiß noch nicht ganz wie diese erinnerung kommt ob sie vom bolwar kommt weil er dann noch mal reinguckt eine weitere quest ob sie vom runenmetz kommt weil wir dort wenn man noch mehr leere gegenstände dahin bringen noch eine erinnerung von ihm kommt oder aber generell im moor auch immer wieder arthas der name fällt immer wieder ob da nicht eventuell arthas mit zu tun hat und wir da so eine erinnerung kriegen und zwar soll es so eine erinnerung sein zu rothgate das war in wo tlk die schlacht um rothgate wo bolwar gestorben ist und dann von alex strasa in flammen gewühlt wurde und ja er sein aussehen bekommen hat in dem sinne wo ihn an arthas mitgenommen hat und oben an seinem thron in ketten hingesetzt hat deswegen spricht natürlich schon sehr viel dafür dass von bolwar eine erinnerung ist aber das könnte natürlich auch mit arthas sehr stark zusammenhängen und gerade warum ich hier auf dieses bild hinaus will es hat nicht viel ähnlichkeit aber irgendwie kam mir der erste gedanke und deswegen möchte ich ihn äußern andrien läuft jetzt hier gerade richtung bastion gerade zur chefin dahin ja und das kennen wir irgendwoher arthas warcraft 3 frozen throne arthas kommt zurück nach lorda und läuft durch lorda und durch diesen kirchgang weg alle kennen dieses ultra epische cinematic ja und geht in den thronsaal und wir wissen alle was dann passiert ist ja und das hier wir hatten immer wieder in der vergangenheit in die diese parallel zwischen andrien und arthas ganz viel also diese die farben der haare augenfarbe der 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 art umgang etc ziemlich 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 krass und irgendwie wirft das hier das auch für mich auf einer der sein leben lang nach gerechtigkeit gestrebt hat der alles opfern würde um seinem freund wir haben ihn in guten router wer die bastionskampagne schon zu ende gespielt hat weiß ja uta sieht irgendwann mal ein was falsch lief wird jetzt trotzdem von den koreanern abgeführt was ganz cool ist man sieht noch nicht andrins gesicht man sieht nicht den gesichtsausdruck man sieht gar nichts man sieht nur uta uta denkt sich wahrscheinlich gerade what the fuck weiß ich weiß nicht ob der andrien erkennt in dem sinne andrins so kennen tut er ja nicht lang oder nicht so als könig etc da war ja uta dann schon platt und alles weiß gar nicht so von der zeitlinie her ich komme gerade im kopf nicht klar kennt der andrins generell als kleines kind müsste eventuell ja schon kleines kind dann war uta platt also müsste es passen er müsste ihn als kleines kind kennen also ob er ihn erkennt oder nicht weiß man jetzt gerade nicht so ganz wie gesagt und diese szene erinnert mich ziemlich stark an diesen durchgang arthas in 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 lorderon jetzt das nächste wird hier sehr sehr spannend ihm tut's in der brust weh die klinge frostgram das hat man schon im in in den videos vor shadowlands gesehen wo die einzelnen gebiete einzelnen pakte beleuchtet wurden da hat er immer wieder den schmerz von frostgram weil die seele man hat erfahren dass seine seele verletzt wurde was was ganz außergewöhnliches ist was nur eine gram klinge kann eine seele wirklich zu verletzen und zu verzehren etc er merkt okay alles klar irgendwas irgendwas ist hier nicht nicht richtig als andrins an ihm vorbeiläuft was sehr sehr cool gemachtes cool rüberkommt dessen herz wahrhaft rein ist lasst ihn durch er darf sprechen tretet näher meine aufgestiegenen sprechen von euch der könig gefangen im schlund das gefängnis konnte mich nicht ewig halten was bringt euch in die bastion ihr habt einen schlüssel so jetzt wird's creepy der moment gestern abend wo mein herz mal kurz in die hose gerutscht ist allein der blick das tiefer werden der stimme wann haben wir das bei anduin mal gesehen really noch nie generell finde ich ziemlich wir waren ja vorhin schon mal dran anduin ist ja eigentlich ein torgast drin wir wissen nicht wie er rausgekommen ist etc krass der taucht jetzt einfach da in der bastion auf keiner weiß was irgendwie ist also die kirana kirana die archon da weiß nicht was mit ihm passiert ist also muss da doch schon was recht schnelles passiert sein wo noch kein anderer bescheid wusste und er kann halt einfach mal so in die bastion reinlaufen ja es klingt schon ziemlich komisch und ja jetzt heißt es ähm festhalten ne ich brauche ihn ihr entlasst diese seele aus eurem griff nein er ist an mich gebunden so wie ihr einst euren eigenen wunder so da müssen wir jetzt kurz unterbrechen allein das epic s madness boah heftig richtig gut sehr geil gemacht blizzard hat es einfach drauf muss man sagen kann man sagen wann man will blizzard hat es drauf man hat es einfach die kings der kings in sachen so etwas machen so ganz wichtig da ist ein satz gefallen so wie ihr euren bruder habt eins gebunden wir wissen alles klar der jailer wurde da unten an die ketten gelegt an den an den schlund gelegt etc aber was jetzt noch mal verdeutlicht wurde was man auch schon mal in der vergangenheit und hier kleinen kleinen winkel rüber zu den herren craft den man sehr gerne hören soll bitte auch seine videos definitiv anschauen weil der hatte halt einfach noch noch sehr geile ergüsse aus seinem kopf in sachen lore er hat es glaube ich auch schon mal gehabt und ich habe es auch schon mal darüber gesprochen man geht davon aus dass da unten im moor oder es kann gut sein dass da irgendeine seele ist woran der jailer ran gefesselt oder dran gebunden wurde ähm ich gehe jetzt mal in die theorie gibt es da unten vielleicht auch so eine so eine weltenseele mäßiges irgendwas groß weil es muss ja was mächtiges sein es muss ja was was verdammt großes sein woran man den jailer bindet da unten dran mit ketten oder sowas also irgendwas muss da ja schlummern oder ist es die seele des untodes ist es das die hauptentinität untot hat man ihn da dran gebunden um ihn halt zu zu fesseln zu kerkern fragen über fragen fragen über fragen und da auch da muss ich jetzt noch mal zwischen gehen weil das ist was 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 überhaupt ähm was vielleicht noch mal wichtig werden könnte und ihn dort tötet keinen wenn man genau aufgepasst hat wir gehen hier noch mal vielleicht ein bisschen zurück ja nein okay ist jetzt nicht das bild was ich wollte da warum geht der denn nicht auf der welt ich will genau auf das bild was der mir gerade anzeigt warum geht der da nicht hin da sie werden alle nur gefesselt na sie kriegen alle diese typischen schlundketten um sich herum sie werden nicht getötet hat das vielleicht einen sinn ist es was besonderes warum tötet er sie nicht einfach kann der mit sicherheit auch ich meine der schaut ziemlich mächtig aus anduin gerade eben ähm fragen über fragen weiterhin okay hier sieht man anduin schafft anscheinend gerade wirklich ganz kurz dem griff vom kerkermeister loszuschütteln und sich klar zu werden scheiße was habe ich da gerade gemacht man ich habe die A schon gekillt man sieht echt der gesichtsausdruck ist krass generell diese umwandlung gerade eben von anduin in lich king 2.0 oder in keine ahnung wie man das nennen will ähm sehr genial gemacht hier wir suchen nochmal guck mal wie der da reingesprungen ist da müssen wir nochmal ein bild für haben nein so so nein da 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 wo also irgendwie will die youtube suche mich heute die bildersuche die will mich heute triggern ne ja man sieht den hass den ausdruck und man sieht ganz klar die züge zu artas man sieht ganz ganz klar die züge zu artas das ist sowas von also die die ganze das ganze mimik näßige sehr 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 geil was mir auch noch aufgefallen ist die rüstung klar ähm es sind tote löwenköpfe anscheinend das soll die ne die die rüstung was mir aber jetzt erst dann dadurch bewusst wird ist mir ist im schlund nie aufgefallen weil gerade diese köpfe so wie sie dort sind so wie sie an den schultern sind ja ähm sind auch sehr sehr oft in torgas unterwegs ganz die ganzen schlund gebundenen Viecher da und sowas alles die haben alle diese kopfart ist es jetzt einfach die rüstung wurde an die angeglichen weil halt da unten ne so die rüstung ja man wir passen uns an unseren style ja ne anduin du musst jetzt hier unseren style tragen wir haben hier ähm address code ähm oder aber hat das generell schon ein bisschen mehr was damit zu tun so ich bin die ganze zeit schon am überlegen gewesen so mal die die vrin-dynastie ein bisschen zurückzudenken anduin win variant win davor halt ne ähm ob da irgendeine verbundenheit sein könnte könnte irgendeine mächtige Seele von früher von dieser dynastie mäßig sein an die der Jailer gebunden wurde was mächtiges schwer wir haben halt immer auch noch so Sachen wie ähm wir haben mächtige Seelen die in der Theorie da unten sein können wir haben ziemlich mächtige Seelen eigentlich wir hatten immer noch so ein Medivh den seine Seele irgendwo rumspürt letzter Wächter mit eins der mächtigsten Wesen was wir auf der Erde hatten also auf Arzot hatten mit eins der mächtigsten Wesen ähm die erste erste Wächterin haben wir auch die hat zwar eine Menge ihrer äh Macht eingebüßt als sie ähm Jaina Macht gegeben hat ähm sie hat ja in Donnerfels dann gelebt und ähm hat Jaina dann ihre Macht gegeben die erste Wächterin und war eigentlich zum Schluss hin wo sie wahrscheinlich gestorben ist man weiß es glaube ich nicht ganz ob sie tot ist oder nicht ähm war sie eigentlich ziemlich schwach zwar uralt aber schwach gibt's da so also irgendwas das wirklich schon mit der Vergangenheit deswegen da ist mir gerade mein Gedankengang gibt's irgendetwas was in wirklich in der Vergangenheit an mächtigen Seelen vielleicht jetzt schon im Schlund ist was das ganze Bild dann hinterher vielleicht zusammenfügt warum Anduin warum das warum dies oder ist Anduin einfach nur ausgewählt worden weil er natürlich überall empfangen wird weil jeder denkt äh den sein Glaube den sein Licht der ist nicht erschüttert und hast du nicht gesehen ja sehr sehr spannend das Gefäß hat seine eine Aufgabe tagellos erfüllt ja das Gefäß ja kann man jetzt natürlich auch viel viel rein interpretieren ist er wirklich nur ein Gefäß ist er gar nicht die Waffe ist er gar nicht das worauf man wirklich ähm den man wirklich braucht ähm der Jailer hat größere Pläne klar wissen wir alle ähm ist Anduin wirklich nur so relativ nutzlos wo der jetzt wirklich nur wo der ganze Aufriss nur gemacht damit man einen Anduin hat den man einfach in die Bastion reinlaufen lassen kann und keiner hat Angst und der kann halt bis zur Archon vorlaufen und die dann umbringen und ihre Seele nehmen mhm finde ich ziemlich strange so hier müssen wir noch mal kurz zurück jetzt kommt wieder Trigger YouTube-Suche da Silvanas Silvanas Blick Hauptsache Arthas fällt Arthas hat sie zur Benji gemacht als sie dann danach mitgekriegt hat ey yo das war gar nicht Arthas da war jemand dahinter das war der Jailer der Jailer hat mich ähm umgebracht ich muss den Jailer töten und wir wissen alle wie fanatisch die Dame sein kann sehr ähm ich gehe immer noch davon aus das ist immer noch meine Theorie daran werde ich festhalten dass ähm eben Silvanas einfach nur den Jailer umbringen will und alles deswegen macht aber was ist das jetzt hier hat die hat die Reue findet die oh kacke jetzt hab ich Anduin geopfert dafür oder shit Anduin ist nicht stark genug hat sie vielleicht gehofft Anduin kann ihn mehr standhalten um dann vielleicht mit Anduin zusammenzuarbeiten gegen den Jailer puh das ist so gerade mein Gedankengang ne muss ich sagen ist die ja ist sie fertig das sind diese zwei Wege also ich bin immer noch der Meinung sie will mit Anduin Kerkermeister töten ja man könnte aber auch immer noch davon ausgehen so langsam entwickelt sie Reue was ja so die übliche Meinung momentan im im WoW Genre ist ähm sie kriegt langsam Reue und versteht dass alles falsch war oder sonst was davon gehe ich tatsächlich nicht so aus weiß ich nicht ja gehen wir weiter so damit ist Ende was wir hier sehen ist tatsächlich ähm die neue Zone Kothria Kothria ähm das ist unsere neue Endgame Zone die dann kommt in ähm 9.1 wo wir leveln werden wo wir äh den nächsten Schlüssel suchen werden da hat er ja auch gerade gesagt der Jailer drei Schlüssel verbleiben man denkt natürlich sofort dran äh ok Bastion haben wir fehlt Revendreth fehlt Adenwald fehlt ähm Maldraxxus dann kommt aber mir die Idee kann nicht sein Revendreth warum fehlt das kann ich mir nicht vorstellen ähm die haben Denatrius dann hötten die das doch Maldraxxus Primus ist weg gibt's auch nicht was jetzt aber auch wieder sein könnte im Primus die Runenklinge ist das der Schlüssel vielleicht diese Gramkringe die man dort auch hat ne die man während der Paktkampagne dort macht ähm Denatrius könnte auch genauso gut eben nicht sein weil während der Paktkampagne dort ähm merkt man sieht man lernt man dass ähm man dieses Amulett Königsamulett und den Ring und sowas zusammen mit der Bastion dann zurückschmiedet und neu schmiedet ist das vielleicht dort der Schlüssel und Adenwald ja wahrscheinlich dann die ähm die Winterkönigin aber warum suchen wir den Schlüssel dann dort auf dieser Insel mhm bisschen bisschen komisch muss ich sagen ähm was wir noch wissen wollte ich jetzt am Anfang nicht spoilern aber der der nächste Raid ähm ist in Torgas wie ich schon gesagt habe Endboss wird Silvanas und die Aussage war dazu dass ähm ein epischer Kampf wird und der sehr Story entscheidend ist und alles dann also mächtig das soll dann mächtig werden also ich sag immer noch ganz klar wir besiegen Silvanas nicht entweder offenbart sie sich da uns und sagt ey man seid ihr eigentlich behindert warum checkt ihr das nicht ich will mit Anduin den Jailer umbringen oder aber sie gesteht tatsächlich ihre Fehler ein und sagt halt ey sorry tut mir leid ich wollte euren Baum nicht abfackeln da ist mir halt ein Streichholz ausgerutscht und eine Sicherung durchgebrannt und hat Danos hat da gerade eine andere geknutscht ist mit Tirande durch den Wald gerannt ich hab gedacht der macht da so ein Schläferstündchen mit ihr und ja da war ich mal kurz sauer und hab ja mal den Baum angezündet was wollt ihr mag sein wer weiß ich habe mal vor ein paar Monaten im Video gesagt irgendwie räumen die langsam die ganze Fragezeichen auf und jetzt denke ich mir Blizzard Alter so viele Fragezeichen wie ihr aufgeräumt habt ihr legt das doppelte an Fragezeichen wieder oben drauf ihr seid doch wert aber ich find's krass ich find's geil die beiden da zusammen zu sehen hat so ein bisschen was von Arthas und Jaina hat sie deswegen Nathanos auf Arthas zurückgelassen hat sie sich in Anduin verguckt wir werden es nicht wissen oh sehr gut es wird spannend es wird spannend es wird spannend hoch 3000 also Shadowlands ist krass wirklich sehr krass dann auch noch der Name wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen Königskram also Shalamain wurde dann umgeschmiedet in Königskram sehr cool ich hoffe ich hoffe inständig wir kommen bekommen diese Waffe irgendwie als Transmog Vorlage und dann bitte ein Handschwert ähm obwohl es ja eigentlich ein Zweihandler wäre ne Shalamain dann die beiden Klingen und so ähm aber ja wär schon geil was ich auch krass finde was ich auch krass finde wo wir nochmal kurz drauf reingehen wollen ich kann nicht stoppen heute das Video wird lang ähm der zieht halt aus dem Schatten eine Zone mit den Ketten die Zone soll wohl zwischen den Welten verschlungen worden sein laut Blizzard das ist so die Aussage im Bluepost dazu und er zieht sie an sich ran da drauf sind die Mittler das ist auch noch wichtig zu wissen darauf ist der neue Mega Dungeon von den Mittlern dieser Markt ja die kriegen jetzt auch mal einen größeren Auftritt ähm Venari sagt uns ja schon immer wieder ja wir können uns super verstecken wir arbeiten im Hintergrund haben die von da aus agiert anscheinend von dieser Zone ähm die werden wahrscheinlich noch einen größeren also wir wissen ganz genau das sind Schlingel ja die haben wahrscheinlich solche mächtigen Sachen aber die sind halt nur an Handel ähm interessiert die könnten wahrscheinlich die gesamten Schattenlande plus Arzrotten hinterreißen mit den ganzen Artefakten mit denen die handeln und sowas ja wird spannend aber wir gucken jetzt mal hier müsste jetzt so zu Ende sein ne ja genau da Ketten der Herrschaft es ist es wird spannend es wird spannend ähm ich bedanke mich sehr fürs Video es ist lang geworden tut mir leid aber mein Kopf und mein Hirn ratat bis zum geht nicht mehr ich muss mir jetzt auch nach dem Video erstmal wieder eine rauchen geht das ist übel ähm Video nach oben wenn es euch Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat das Video Abo dalassen hier wird es immer wieder mehr zu zu WoW natürlich geben und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video bis dahin Kopf rauchen und Ade Servus ein žeziękuję wirklich in und ersten Boy about ich mir .... Aber utet oh Security eh Untertitelung des ZDF, 2020